hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal eddie smart home im heutigen kurzen video möchte ich euch erklären wie ihr ein lxc container verkleinert denn vergrößern geht wunderbar über die weboberfläche in proxmox aber verkleinern funktioniert aktuell noch nicht stand heute wie das funktioniert das möchte ich euch wie gesagt im heutigen video zeigen da ich es in den letzten tagen immer öfters gebraucht habe weil ich ein bisschen rumexperimentiert habe und auch festgestellt habe dass einige container ein bisschen zu viel speicherplatz auf meiner doch begrenzten festplatte verbrauchen deswegen dachte ich mir manchmal ein kurzes video dazu und erkläre euch wie das ganze funktioniert also falls euch das ganze interessiert dann bleibt dran nach einem kurzen intro geht's los und denkt dran falls euch das video gefallen oder geholfen haben sollte würde ich mich über einen daumen hoch und ein abo sehr freuen und nicht vergessen die kleine glocke zu aktivieren damit ihr benachrichtigt werdet sobald ein neues video online ist in diesem sinne viel spaß mit dem video bis gleich schön dass sie dran geblieben seid okay dann würde ich sagen legen wir sofort los und ich zeige euch die schritte die notwendig sind um einen lxc container aktuell zu verkleinern solange es noch keine möglichkeit gibt das ganze über die web oberfläche zu machen okay wir wechseln auf den computer und dann geht's los so im grunde sind nicht wirklich viele schritte notwendig im grunde sind es nur drei stück welche drei das sind das zeige ich euch okay also ich habe hier ein lxc container der hat aktuell 7 bzw 8 gigabyte festplattenspeicher verbraucht aber seit monaten seit jahren nicht mehr wie 2,8 gigabyte das heißt ich möchte den verkleinern auf 4 gigabyte und um das zu bewerkstelligen muss ich zuerst mal den container stoppen das heißt wir sagen hier container shutdown wechsel in proxmox in die proxmox shell und müssen als erstes ein backup von dem aktuellen container machen das heißt wir geben folgenden befehl ein vz dump dann die container id das ist in meinem fall die 205 und den restlichen befehl sedia hier minus storage local compress und lz also wir bestätigen das ganze dann wird der container gezippt bzw es wird ein backup erstellt und aus diesem backup können wir das dann wieder herstellen und ihm sagen dass er weniger speicherplatz verbrauchen soll oder ja sich selber geben soll so wunderbar das backup wurde erstellt als nächstes müssen wir den container hier löschen das können wir auch hier über die konsole machen mit pct destroy und dann die container id achtet darauf dass sich den richtigen auswählt und nicht aus versehen einen falschen löscht bestätigen das ganze und dann müssen wir unser eben gemachtes backup wieder einspielen das machen wir mit dem befehl pct restore 205 und geben dann den fahrt ein wo sich das ganze befindet also in unserem fall war es ja das hier also das ist die datei die wir wieder herstellen wollen also rechte maustaste kopieren oder eintippen bleibt euch überlassen und dann müssen wir am ende noch folgenden befehl einfügen achtet auf das leerzeichen hier gehört noch ein leerzeichen dahinter root fs local lvm und dann sagen wir hier wie groß der neue container sein soll in meinem fall soll er dann vier gigabyte groß sein und hier bei local lvm müsst ihr halt darauf achten wo eure container gespeichert sind im normalfall sollte es hier auf local lvm sein und deswegen tragen wir das dort ein solltet ihr das ganze irgendwo anders speichern wie so auch immer dann müsst ihr den entsprechenden namen anpassen bzw abändern so das bedeutet der befehl ansonsten sollte so passen bestätigen das ganze das dauert jetzt wieder zwei drei vier fünf minuten so wunderbar das ganze hat geklappt es gab keine fehlermeldungen ist also fertig wechseln in den container sehen hier vier gigabyte passt starten das ganze und dann soll es das gewesen sein im endeffekt war es das wieso das ganze nicht über die web oberfläche geht weiß ich nicht aber der weg über die konsole ist jetzt auch nicht unbedingt mega schwer aber wenn man es nicht weiß sucht man sich ein wolf und wie das ganze funktioniert so ich hoffe ich konnte euch mit dem video weiterhelfen würde mich über einen daumen hoch und ein abo sehr freuen in diesem sinne bis zum nächsten mal macht's gut und tschüss